Wir werden nie erwachsen, wir bleiben extrem Wir machen weiter Schlagseln, wir bleiben unbequem Wir werden nie erwachsen, wir bleiben bei den Atzen Wir bleiben bei den Atzen Schönen guten Tag. Allgemeine Verkehrskontrolle. Hier sind mein Führerschein und meine Fahrzeugpapiere. Möchten Sie was trinken? Wie? Sie haben keinen Verbandskasten. Warten Sie kurz. Ich glaube, wir haben zwei Streifenwagen. Da können wir Ihnen einen leihen. Vielen Dank.